Hi, dann sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Left4Dead mit Level 5. Ja, Endboss oder Endlevel. Genau. So, das ist unser erster Versuch. Ne, obwohl an diesem Abend schon. Heute Abend haben wir uns wieder ein Herz befasst. Genau. Ich muss auch wieder reinkommen. Zehnmal haben wir es, glaube ich, schon probiert. Mindestens. Und ich habe, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben, zwei verschiedene Shooter gespielt. Mit unterschiedlichen Engines. Ich muss auf jeden Fall erstmal wieder reinfinden. Nimmst du die rechte Seite? Ja. Ich bleibe weg. Oh je. Die Mausense hier. Hab ihn. Ja. 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 Ich hab' keinen Schaden, aber du brauchst ja schon nur etwas. Blut, was wir haben? Du hast keine Hexen als einen Domus-Gegner hier? Ja, wie hatten wir jetzt gerade? Zwei Mox? Zwei Special Mox? SMS oder Anruf? SMS Wir fahren los runter? Zwei macht auf den Leap Ich muss jetzt noch meine alten Wunden bohren Leap of Fate Ja Wir fahren mit unserer letzten Leap Ich versuche Oh je, da kommen wir in ein paar Zombies nach der Rolle Ich habe keinen Schaden genommen Aber wir haben leider einen Kanister verloren In diesem Feuergefecht Die Sachen zusammengebrochen So und ja, haben wir noch gar nicht beschrieben Das ist jetzt im Grunde Der letzte Raum der Kampagne Hier müssen wir den Volksspruch annehmen Das Helikopterpiloten Dann holt der uns ab Und bis der ankommt Müssen wir hier eben ausharren Und was wir jetzt im Grunde machen Wir scavengen hier so ein bisschen nach Nutzbaren Items Also auf der rechten Seite Haben wir Mollys Auf der anderen Seite Ist in der Mitte auch noch was? Ich wollte gerade Ich war wieder in COD Auf der anderen Seite Da hatte gerade eine Draw Distance Bei mir oben Von etwa 2 Metern Okay Ich war hier schon auf dem Plateau Und dachte mir Hier sind doch normalerweise Kisten Und dann waren sie auch da Als ich davor stande Und da ist auch gar nichts Auf der anderen Seite Auf der linken Seite können wir schon mal vergessen Ja dann würde ich sagen Wir haben uns auf eine Nicht ganz schicken Shit Variante geeinigt Das heißt wir bleiben hier im Raum Im großen Raum Okay Ich kümmer mich um links Oh hier haben wir noch Container Ich bin nicht so ein großer Fan Von diesen Containern leider Die nur kurz Schaden machen Ich tue schon mal drauf Tja passiert noch nichts Jetzt sagt er uns ja erstmal Dass wir aufstocken sollen Dass wir uns Verbarrikadieren sollen Du nimmst die beiden Oder wem? Das haben wir begangen Ja Die älter Verbrechen Seite Beziehungsweise Ich klappe bei der Tür Mach die dann zu Viel Glück Hoffi Tja Es ist ein Frühjahr Ich will es noch gar nicht wahrhaben Dass dieser Trial Funktionieren könnte Deswegen bin ich auch so Wort hart Ja Ja Wahrscheinlich schon 20 mal gesagt Oder 10 mal schon gesagt haben Dann geht es schon los Aber der Smoke ist tot Hier ist irgendwo ein Hunter Ich bin auch Richtig höher vorwärm mit der Steuerung Ja Das guckt mir auch so vor Als wird es ein bisschen mehr rocken als sonst Die haben noch Die haben noch Pykons Das geht auch so schnell wie wir vom Fenster öffnen Ich bin echt schnell unterwegs In der Tat In der Tat Da hätten wir glaube ich irgendwo noch einen Smoker gesehen Oder da Ich verlaut Ne Louis verlaut Der Boomer ist schonmal tot So Der Tank kommt gleich Denk ich mal Hunter Oh er ist tot Ich renne mal kurz Mö Brrr Der Moly Er ist da Ich habe den Fääs nicht gesehen Aber Oh Oh Der ist weg Oh Stellungeschiessen Da ist er hinter mir her. Oh ja. Da ist er hinter mir her. Oh ja. Da ist er hinter mir her. Oh ja. Da ist er hinter mir her. Na ja, schnell wirft was. Jetzt kommt er zu mir. Er ruppelt. Wo bist du? Ah ja. Ja. Wenn man mich jetzt haut, dann bin ich weg. Das sieht ein bisschen gut aus. So. Ich drehe um. Wir haben ihn, wir haben ihn. Das ist doch gut. Sehr gut. Ins Haus zurück. Warte. Und er ist tot. Sehr gut. Ich hab mir noch kurz einen Molly geholt. Let's have fun. Nächste Welle. Haha, das ist gut. Ja, das ist echt nicht so verkehrt. Oh, da kommen wir hier oben unter uns. Da kommt die Treppe runter. Ja. Da kommt doch die Treppe runter. Oh, ich hab irgendwie erwischt. Oh, ich hab irgendwie erwischt. Oh, da unten. Unten. Hat mich angewotzt. Hat mir nichts von da rum. Von vorne kommen sie. Der ist mit halb. Hilfe, Hilfe. Sorry, mach mal, sorry. Jetzt steht da rum und macht das Ding nicht kaputt. Toll. Was war denn? Im Raum. Ich war im Raum drin. Aber nicht mehr da. Wurde gesmokert. Oh, was war das? Ähm. Fun job. Yes. Oh, ich hab keine Moon mehr. Ich heile auf. Was? Wo bist du? Oh nein. Ey, da kann doch nicht sein, dass die vier Leute im Raum stehen. Und keiner bringt den einen Zombie um, ey. Sorry, ich muss mich anschreien. Ne. Hallo. Da vorne ist was. Ich glaub, das ist schon tankt. Ja. Ja. Oh. Erwürst? Ja, geworfen. Ich renne. Vielleicht kann ich immer schnell rennen. Da ist angeklappt, oder? Ja. Du hast so wenig weg. Das war's ja noch nicht. So. Aber. Boah, das ist Schacklos hier noch. Das könnte passen. Warte mal. Da kriegt Krimi und Erzeug durch das Ding durch. Er ist tot. Okay. So, Krimi und Erzeug-Krimi. Das hängt alles an dir. Wieso? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Weil grundsätzlich war der ganze Try bisher gar nicht so. Da kommt der Hady. Ja. Das haben wir uns auch verdient, würd ich sagen. Ja. Das war's schon. Jawohl. Wo sind die beiden Hasen? Nee, ich brauche keine Arsch, oder? Oder muss man da drinnen rum? Nee, nee, nee. Das ist dann auch Memory Off. Jawohl. Sehr gut. High Five. Das ist ja das, Thes, was also Othersح. Also würde ich sagen. Oh, was mir gesagt? pentru wafreng oder schimbach. Das ist ja, das ist ja immer noch nicht so. Das ist mein Grund, dass ich jetzt nicht so. Es gibt nichts, was mir gesagt. quindi war der Hände nicht mehr so. Also, dass ich jetzt nicht so.